Ich begrüße Sie zu Israel Netz TV mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Elf arabische Staaten haben den Iran in einem Brief an die Vereinten Nationen als staatlichen Förderer von Terror bezeichnet. In dem Schreiben warnen die Staaten, der Iran unterwandere die Sicherheit und Stabilität der Nahostregion und der arabischen Welt. Eine erste Gruppe von 127 UNO-Soldaten ist auf die syrischen Golanhöhen verlegt worden. Weitere Einheiten der Beobachtertruppe sollen in der nächsten Woche folgen. Die Soldaten stammen vor allem aus Nepal und von den Fidschi-Inseln. Vor zwei Jahren hatten die Vereinten Nationen die Blauhelme von der syrischen Seite des Golans auf die israelische verlegt. Zuvor hatten bewaffnete Kämpfer dutzende UNO-Soldaten entführt. Nach dem im Juni abgeschlossenen Versöhnungsabkommen zwischen Israel und der Türkei haben beide Seiten ihre neuen Botschafter ernannt. Das israelische Außenministerium entsendet den Diplomaten Eytan Nae. Die Türkei kündigte den Politikberater Kemal Ökem als neuen Botschafter in Israel an. Der Austausch der Botschafter gilt als letzter Schritt auf dem Weg zur Wiederherstellung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Zum Bruch war es im Mai 2010 gekommen. Damals hatte die israelische Marine eine Razzia auf dem Schiff Mave Marmara durchgeführt, das die Gaza-Blockade durchbrechen wollte. Bei einer Schießerei an Bord starben zehn Türken. Die Weltgesundheitsorganisation hat das Feldkrankenhaus der israelischen Armee als das Beste der Welt ausgezeichnet. Als einziges erfüllt es alle Kriterien der UNO-Sonderorganisation. Der Kommandant des Lazarets, Ofer Merin, sagte dazu, es sei ermutigend, wenn eine Organisation wie die Vereinten Nationen sage, dass man von den Israelis etwas lernen könne. Das israelische Feldkrankenhaus kam in den vergangenen Jahren unter anderem bei Naturkatastrophen in der Türkei, in Nepal, auf den Philippinen, in Japan und Haiti zum Einsatz. Zum ersten Mal in der Geschichte des Staates Israel sind die Geburtenraten von jüdischen und arabischen Frauen identisch. Wie das zentrale Statistikamt berichtet, bekamen jüdische und arabische Frauen im vergangenen Jahr durchschnittlich 3,13 Kinder. Im Jahr 2000 lagen arabische Frauen noch bei durchschnittlich 4,3 Kindern und jüdische Frauen bei 2,6. Die Geburtenrate in Deutschland im Jahr 2015 lag bei 1,5 Kindern. Das war Israel Netz TV für diese Woche. Wir freuen uns, wenn wir Sie nächste Woche wieder zu den wichtigsten Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Religion begrüßen dürfen.